willkommen zurück meine kleinen village people hier in resident evil und mein name ist stief zum pd servus übrigens yt was youtube bedeutet und ja wir sind heute hier wieder am start und werden uns den weg durch kämpfen durch die verschiedenen situationen wie sich uns hier was genau ich verstehe es selber nicht ich wollte gerade einen richtig tollen satz machen aber keine ahnung ihr könnt euch vielleicht selber gestalten ich weiß eigentlich die wir spielen mal gucken ihr könnt dazu gucken wenn ihr wollt und ich lasse es einfach mit den komplizierten sätzen macht gerade keinen sinn deswegen ja gut wir fahren fahrstuhl ihr könnt euch eine musik vorstellen so fahrstuhlmusik so oder so etwas ganz entspannt ist ich stelle mir das überhaupt vorwartet ach das ist schon zu ende wir sind schon da oben ich würde gerne mal runter um zu gucken ob da unten was ist es passiert einfach nichts ist es wirklich ist das dein hans f push f push f push f push f push verdammt warte ich muss niesen ah nein warte oh hä war was ich glaube nicht gut so also letzte folge haben wir morgen geklatscht wen klatschen wir heute wir werden es erfahren wir haben erstmal eine mühle die sehr langsam mühlt wurde das ist so damals gemacht ich glaube schon haben sich ja das das hat gut reingelegt das wurde dann quasi platt gemacht die dinge haben seine mitte getan und ja dann haben sie es irgendwie und so hin und her und dann ja so wurde damals mehr gemacht gut wir die überschreiben quasi alles und dann ja reservoir aufzug zum stau so ok gibt es auch meinen dieser gerade hat es meine nase schön zu gemacht das ist so absolut übel ist geil auch schon aber gut werden wir noch ein bisschen neue saale reden als sonst aber ihr seid sehr gewöhnt so was haben wir hier oh hallo ein kugelbums wir haben da aber keine kugel wir haben doch keine kugel oder wir haben doch keine neue kugel bekommen zum reinlegen mist die hat man bestimmt irgendwo mal finden können oder finden sie noch könnte auch sein hier kann man die kugel rein tun verdammt eine kugel wo ist die kugel ja wartet mal mit dem diesen hinteraufnahme ist es echt scheußlich könnt ihr euch gar nicht vorstellen so wie geht es hier lang wir müssen da aber noch mal wir können da jetzt hier nie lang wartet mal wir könnt ihr hier noch eine kugel dran hauen müssen nur die jetzt hier und wir waren mit reinten kräften und noch eine runde gut so hier geht es bestimmt weiter und wirklich ist ja da drüben lang jetzt zurück das gab sogar geld unangenehm ich glaube ich nehme die möbel ich gehe mal hier lang ähm sorry oh ja kommen wir zurück auf wiedersehen gott sei denn bin schon mal zurückgegangen so und hier kann man jetzt nämlich die kugel unten einsetzen schnell zurück hier und kugel ich muss so gehen wir hier rüber nicht ganz so schnell weil wir es warum so die außen kontrolle nie außen kontrolle ja jetzt gehen wir hier rüber ganz schön schräg lage ganz schön schräg lage oh 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 und hier darf man auch nicht runterfliegen ja super oh jetzt sehe ich gar nicht mehr jetzt geht es kurz hier lang na komm müssen wir uns kurz merken und dann ja kam um die ecke gekullert put 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 so und jetzt kommen wir dort rein zack sind wir drin und haben es gewonnen hey grüner schädel ui der sieht cool aus da rücken wir schon mal nicht die klappe wir werden nochmal rüber rüber gehen speichern nach der aktion da müssen wir es nicht nochmal machen müssen wir nochmal sterben ich schaffe es mal nicht und ich denke es mal nicht und ich glaube es auch nicht aber auf Nummer sicher kann man ja gehen soo und ab gehts soo und ab gehts soo und hier waren wir gegangen ne aber wir können gerne nochmal von oben gucken haben wir ja vielleicht ne besseren im fröhlen vorteil einfach wenn jetzt jemand hier kommt jetzt klingt es nämlich ziemlich nach bösen monsters bösen verrückten monsters klingt es ja achja fliege fischer was ist das magnum aber diese schleichwerfer würd ich jetzt aber auch gerne mal eine magnum bekommen hier schlDadchen sag mal ich müsste inetchen mit im messer oder was kòlegge ich habe auf trencher ne du bist du der enser mein messer ist nachgeschafft zack hier haben wir schön schuldig gespart So was ich wollte ist eine Magnum. Eine Magnum. Das ist bestimmt was tolles mit richtig schön viel Druck hinterm Rohr. Zack Vogel abgeschossen. Da hab ich mal wieder Vogel abgeschossen. War das spartig? Guck schon. Das sind diese änglichen Vögel mit der Zunge. Hier. Warte. Hier. Kristalliner Vogel. Wieder erschrocken. Kristalliner Vogel hier. Hat sich ausgefögelt. Du alter Vogel. Oh. Ich sollte vielleicht nicht mit der Molizei rummarschen. Da war ja was. Wir sind ja hier bei. Bei was auch immer. Mach ich mal den Deftchen Quickscope Dudes. Oh bist du mit so 25. Sehr gut. Kommt da noch mehr? Oder war es das? War das schon alles? So soll ich hier rüber klettern oder was? Was ist hier los? Ich glaube schon. Dann lass uns hochgehen. Hehehe. Coole Sache. Hallo. Gut. Gut. Benutzen. Dum 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 dum. Das ging schnell. Dann muss ich mir mehr mein Messer benutzen wenn ich keine Munitionssorge habe oder was ist hier los? Ähm. Ausrüsten. Das ist die gute Pistole. Wie war das? Wie war das? Das ist das Munitionsmagazinerweiterung drin. Aber das hat die andere auch. Ich hab sogar 18 Schuss drin. Meuschelaktion. Oh. Ah. Ah. Ne. Das war scheiße. Ich dachte da stirbt mal oder so. Und hier ist jetzt eine Talibat oder das. Boah ja klar. Geil. Die sieht gut aus. Das ist eine Magnum. Aha. Okay. Ja. Warum nicht gleich so. Muss ich erst hier eine Meuschelaktion machen und dann fast dran zu sterben. Leute. Leute. Na gut. Ähm. Ja. Haben wir jetzt was? Was war das? Ja. Mutter Miranda hat einen Berg geschenkt. Ach so. Na ja. Klar. Berg geschenkt. Schön. Schön. Gut. Gut. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Weil Joghurt. Zack. So. Oh ne. Ne. Schon wieder. Ich werde jetzt mal ein kleiner mit Dynamit nach dem werfen. mal geht das ja mit rein. Ja. Ich werde jetzt... Kade. Oh ne. Oh ne. Ja. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Das ging schnell. Ja gut, jetzt wählen wir Dynamit und Schnief, schnief und hier äh Gut Was ist denn das für eine Pumpgun? Das will ich ja ja nicht mehr Okay, gut Guck, guck, guck So ähm, ja, jetzt haben wir die Beste getötet Und kann man jetzt hier weiter oder was? Ja gut Warum nicht? Ah ne, hier ist was anderes Kurbel haben wir da Die brauchen wir also eine andere Kurbel Eine Brunnenkurbel Ah, okay Ja gut Blendgeschoss Jetzt wirds wild Jetzt wirds auf jeden Fall wild Widerschaft Okay Weitstreuende, okay So, na gut Haben wir jetzt alles? Oder? Ich denke schon Ich denke schon Dann kann man jetzt wieder runter gehen Wo dann der Speicherpunkt ist Und dann Oder haben wir wirklich alles? Ja gut, hier kam alles Und dann kommen wir dritte weiter ins Dorf zurück Und dann zum Friedhof und 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 Ich glaube das ist wichtig und richtig Dass wir jetzt sicher die Die Magnum geholt haben Die langersehende Magnum Oben sind wir lang gegangen Und gehen wir nochmal unten lang Genau Und dann tun wir nochmal speichern Und dann Sind wir hier oben auf jeden Fall ganz gut durchgekommen Ohne irgendwelche Komplikationen großartig Nicht schlecht, Frau Specht So, zack Und jetzt seht ihr was heute vom Datum Ist ja unerhört So Genau, jo Jetzt gehen wir hier runter Zack Zum Friedhof haben sie gesagt Ja, da ist der Typ im Fernseher, ne? Na gut Und was kann man mit dem Blattgeschoss machen? Granatenwerfer Okay Granatenwerfer gibt es also auch noch Das ist wild Das ist auf jeden Fall Wild Das ist auf jeden Fall wild Und da ich jetzt rot bin Will ich mich nochmal heilen Mach nochmal Ein weiteres Getränk Kann ich nicht Oh, oh, oh Die Getränke gehen aus Die Getränke gehen aus Ich brauche Kräuter Schenke mir Kräuter Kräuter Da lang Was da lang This way Spiel Willst du mich rollen? Klar gehe ich hier lang Ich werde trotzdem hier nochmal um die Ecke gucken Vielleicht finde ich Kräuter Wir brauchen doch Kräuter So Scheinen hier keine Kräuter zu sein Das ist ja unerhört Hier machen wir überall schon noch Ja, dort hinten ist irgendwas Ich glaube ein Evil Chicken ist dort noch gewesen Kommen wir hier lang Kommen wir hier lang Aha Hier Hopp Und da an Ähm, ne Dann bloß wieder raus Aha Hier haben wir doch die Kurbel Die wir brauchen Um das heilige Huhns her zu erreichen Oder was auch immer Bestimmt Magnum Munition Ich kann die Zukunft sehen Werte sehen Kommt gleich Magnum Munition Riesenteil von uns Nu Ja gut Und sonst so Was zeigt denn der Pfeil Ja gut Irgendwie ganz Irgendwie ganz oder Dann gehen wir halt mehr hoch Gucken wir was sich erwartet Ok Wo bin ich Es wird nicht Ich kann doch nicht, ich kann doch nicht jumpen Dann gehen wir halt mal hier lang Hier lang Oh Oh Tauben Blut Rubin Uiuiuiui Der ist bestimmt viel wert Leute der ist bestimmt viel wert Gut und dann jumpen wir runter Ja gut Vielleicht haben wir ja noch irgendwo so ein Secret Room Mit magischen Schätzen Hier gab es doch gerade noch was This way Okay Das wollen wir ja 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 Ich weiß schon wo es lang geht Hier lang Papa Okay Hier ist doch was wo wir noch nicht drinnen waren Das Schloss passt nicht zum Ah Das passt aber Hallo und herzlich willkommen hier ist ein Explosivgeschoss Und ein Dietrich Der Bürger Lars Was Und was Äh Öh 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 Das hab ich doch durchgesehen Den wollte ich doch durch aufheben Werde ich mal aber schnell wegstecken Weil Sonst schieß ich auch versehen los Das weiß ich schon Ich würde es auf jeden Fall schon riechen So Bewegen Ich muss Zum Friedhof Aber Das Schild leidet mich ja Wo es lang geht Gott sei Dank Sonst wüsste ich es nie Rose is waiting for you Okay Ich würde mich aber gerne auch damit zufrieden geben Dass ich so ein Schild hätte So ein Schild wie die Figur hier Da könnte ich alles schön ablocken Da hätte ich kein Problem mit Ja hab ich gesagt Fände ich ganz gut Wir haben echt schon alles Die könnte doch nicht einfach so rumstehen Und ich muss mich ja ernähren Von irgendwas muss ich mich ja ernähren Ich kann ja hier nie Mich von irgendwelchen Pflanzen Äh Geht ja nie Die Show must go on Ach willst du nicht Okay Ich gehe erstmal hier rein Hm Was geht nicht hier Hm Even Winters Rose Winters Dorf Infiltrier begegnen mit mehreren Biowaffen Hinweis auf Even Winters gefunden Aufenthalt von Rose Winters unbekannt Okay Die Basis in der Kirche eingerichtet Alles klar Ja Ich speichere Ich kann grad mal nicht ganz oft genug speichern Weil Ja Kann jederzeit irgendwas verrücktes passieren Hier ist noch irgendwas Aha Ein Crystal Fragment So Jetzt haben wir schon ganz schön viel hier noch gelöst Seht ihr das? Hier ist noch irgendwas Können wir da hin Können wir da hin Können wir da hin Ich weiß nicht Können wir eigentlich Können wir eigentlich mal hin Hat das gerade gespeichert? Hat das gerade gespeichert? Ne Das will ich nicht Wenn es hier speichert wäre Ist ganz genau irgendwas passiert Ich habe es gerade mit Eno gesehen Das können wir jetzt nicht so stehen lassen Ne Ich habe da gemacht So Wir wollen jetzt nicht zum Pfeil Wir wollen erstmal so runter Pupp 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 Irgendwie durch Hier oder? Und dann Und dann Und dann Und dann Und dann Und dann Warte mal ist falsch Rechts Dann mal rechts Und dann links So muss es mir auch falsch gelaufen oder was Und dann Moment Zack Achso Hier könnte man ja was einfügen Aha Aha Stimmt Das könnte man ja auch noch machen Ach hallo 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 sie Na komm doch Können wir uns nochmal was Entschuldige Ja 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 Ich steig Gering für dich Ich kann es kaum erwarten Bin gleich zurück Komplett Kommt sofort Gönnen wir uns Ein kleines Kräuterfischlein Dankeschön Das würde ich auch ein weiteres mal essen So was gibt es noch Beim blocken tun wir eh nie Wie Maximale Gesundheit steigt Ich Null Warum Ne Gut dann Ne Fisch Wir haben keinen Fisch Wir müssen mal Fischen gehen So ist das Fisch 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 Geflügel Und wild Ach ne Ah Blocken Ich block da nicht rum So warte mal Wie steht es um deine Feuerkraft Ja ja Oh Erweiterte Waffen Ich möchte das mal verkaufen So Crystal Fragment 2 2 2 1 Ui das ist viel Ui das ist viel Alles Kette Mit zwei Fassungen Ne die verkaufen wir noch nie Da kann man bestimmt Da kann man bestimmt gleich was machen mit Versteht schon Versteht schon Versteht schon Ja warte mal Schön wir denn jetzt Ja 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 So warte mal Ich hab doch irgendwo ich hier Wo war denn dieses Schnief schnief Es tut mir leid Wo war denn die Halskette gerade Hab ich das nicht verkauft oder Suchst du nach etwas Bestimmtem Da Halskette mit zwei Fasungen Ich kann es nicht fassen Äh E E Wichtiges Schätze Stetigen Kombinieren Aha Ich wusste es Zwei Fassungen Gut Das heißt Etwas scheint noch zu fehlen Gut Wenn ich weiß was fehlt Wer weiß zu wen Wer finden Vielleicht Gut das wir noch nicht verkauft haben Das wäre ein Ding gewesen Ich biete jetzt auch erweiterte Waffenmodifikationen an Ausrüsten Ausrüsten Wackeln beim Ziel Brauchen wir auch nicht mehr Zack Verbesserte Kolbentrollern da Brauchen wir nicht Wir kommen jetzt mal in eine Packung Davon Gut Werkstatt Zack Feuerrote War echt nervig Diese Hände sind geschickter Als sie vielleicht aussehen Makacinkröle brauchen wir nicht Feuerkraft Essen ist Leben So Können wir hier nochmal eine Feuerkraft rein holen Eine einfache Modifikation ist sofort erledigt Gut Das war es Das war es Leute Auf Wiedersehen Ich war heute Dank diesen Miesers So da hört's So Gut Hammer Weiter geht's Hab ich gespeitert? Hab ich gespeitert? Ich glaube nicht Können wir speitern nochmal Ah Ich kann nur nicht dafür Alter Alter Wir waren mit dem Alter Jetzt geht's los Jetzt geht's los Rose is waiting for you Rose is waiting for you Das fliegt Können wir gehen hin Hihi Muppeln haben wir Naja Geht so eher, würde ich sagen, oder? Oh oh Hallo Ähm Viel Spaß Viel Glück oder was auch immer Kann doch nicht jetzt schon rumschreien hier Oh 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 Geht's hier zum Master of Disaster? Zum End gegen aller End gegen uns, oder was? Zu Miranda Zack Zack Kopf ab Hehe Zack Zack Perfekt Perfekt Geist wackelt nicht mehr Das war ein cooles Update echt Geist Ich hab's gelohnt Ich hab's gelohnt, sag ich dir Ich will wissen, ob wir wieder was herstellen Warte mal Ähm Herstellen Schau Schießpulver Äh Habt ihr auch zufällig Schießpulver von uns hier Oh 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 Schießpulver Dann muss ich irgendwie Ach Dann muss ich echt herstellen Ich hab keinen Schießpulver Flinten muss ich gar nicht machen Scheiße Guck mal hier Schießpulver Schießpulver Ich brauche überall Schießpulver Ich brauche überall Schießpulver Oh 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 Jetzt wird enger Und dann Kraut Ah Schnell Na moin Na moin Ist denn er hat sich jetzt mit feinem Bogen schießen hier oder was? Hier Schießpulver Ja Zack Zack Oh Gott Jetzt hab ich Schießpulver Das kann ich herstellen Ne Wartet mal Gleich Kurz um der Ecke hier Gesneakt Dass keiner was hier am Am Popo machen kann So wieder Safe Pistol Hergestellt Huh Wenn ich Schauschütze-Munition kriege Heißt das Ich muss bestimmt gleich wieder Schauschütze-Leeren Da wir uns ne Haptik gekauft haben Kommt das richtig gut Was die Geräste Oh oh Was zum Sprengen Leute ich glaube das heißt nichts Gutes Das verheißt nichts Gutes Ich denke mal das ist einfach so So Komm Jetzt nochmal Sprint Jetzt nochmal Sprint Zack Zack Ich glaube ich sollte auch Bisschen Schauschütze-Munition machen Kann ich das machen? Ne Schießpulver Gut Jetzt muss ich Schießpulver sprechen Auf jeden Fall Zwei Schießpulver Brauche ich jetzt Schießpulver Oh 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 Wieder fast Das bedeutet Big Spawn Big Spawn Big Spawn of the Böseys Incoming Böseys incoming Jaaa Bis toll mein Sohn Hier geht's hoch Da gibt's noch was Wie kriege ich dieses Tor auf Jetzt kann der Brazy spawnen werden Ich schwöre es riechen Ich schwöre es riechen auf jeden Fall Äh 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 Ach du Kacke 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 So Und Leute Weißt du was Bevor die Kacke riechen darf Wurde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Mal Wenn es wieder heißt Resident Evil Mit Mir Und Wenn du Lust habt Wieder euch Diesen Sinne Hautsdrei Bis zum nächsten Mal aus Steve Petty Ciao